herzlich willkommen zu einer neuen folge zur ersten folge von minecraft action mit dabei sind artro yvonne queen und katsu ich weiß auch was ich mache aber ich will nicht da ich hab's ja auch schon ich habe keine ahnung ich machen so mann also wenn man kraft action ich kenne das ist eigentlich so die master bilder auf dem server von bergmann also das weit nicht auf den server bezogen ich habe schon mal etwas ja da gehört schon viel zu also respekt respekt an dieser stelle das respekt ja ich habe nur respekt vor älteren selbst da nicht immer was das ist so ja bevor die brauchen wir doch auch kein respekt haben ich meine selber selber nicht vor irgendjemanden also ja wie es in den wald hineintaus und schalt doch wieder raus ne hast du wie es in den wald hinein scheiß schalt abschalt alter alter wer braucht das gerät ich nicht ich ohne es deutlich brauchst du das nicht nein ich doch nicht hallo hallo brauchst du das nicht warum mach ich das jetzt eigentlich voll das ist total dumm was ich hier mache macht ihr auch dumme sachen nur dumme menschen machen dumme sachen danke finde ich jetzt nicht mehr das von unhöflich von jana aber so sind sie die älteren leute keine höflichkeit mehr und keine mann jetzt irgendwie eher nicht viel als das was es darstellen so kenne ich irgendwie meint sieht er aus wie ein verdorbener big mac als das was es sein soll amit nun nan 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 Nanana batman man nan 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 leute青 Hallo. Danke. Hi. Nice. Boah, lach nicht. Lach ich? Oder was? Ja. Ey, nein. Voll unfair sind Vitali zu mir hier. Das kenn ich ja irgendwie schon. Du bist doch nichts anderes gewohnt von uns. Ja, ich weiß. Gut, dass du es einsiehst. Ah, nein. Ah, anfühlen. Ops. Ja, das war jetzt natürlich wieder mal. Oh, da war doch nicht so doof. Äh, Chip. Ach ja, wir machen das erst mal so, ne? Ja, machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. So, dann da hin. Und... Ja. Wir machen dann hier daten. So. Ähm. Drei Minuten noch, really. Ich hab viel zu viel Zeit. No, fuck. Äh, Tagestell ändern hier. Auf jeden Fall. No, 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 no. Ah, ich hab ne Idee. Wird dadurch nicht aktiviert, really? Das ist ja jetzt keine gute Idee, aber ist ja egal, das ist ne Idee. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach, ja. Ja. Ich mag Action nicht. So. Jetzt auf einmal. Ja. Kann man gar nicht verstehen. Nee, kann man nicht. Ach. Doch, 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 doch. Alles kaputt machen hier. Geht denn da? Oh ja. Also nicht das kaputt machen, das geht. Noch hast du ja zwei Minuten noch was. Ja, zwei Minuten, denke ich auch. Da steht er halt. Ja, ich weiß. Aber deswegen du mich ja auch. Ja, gerne, aber nicht. Nein. Ähm. Dieses und ihr ne? Ähm. Fuck. Äh. Ein beschissenes Ding. Ah. Genau wo. Haha. Böse man. Ich glaube ja da oben. Komm mal arbeiten. Was? Achso, der Donner. Das ist... Sie redet jetzt mit einem von oben. Habe ich auch erst gedacht, aber... Da oben? Der droht keiner. Gott, der ist tot da. Ich küsse, der hat die jetzt mal mega beschissen aus. Oh. Oh mein Gott. Äh. Ja, meins sieht auch nicht gerade gut aus, aber... Das ist so der hässlichste, den ich je gesehen habe. Und dann ziehen wir uns alleine, Leute. Ja gut. Wir sind alleine noch, ja. Warte mal, ich mach jetzt nochmal hier. So, 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 so. Ähm. Wo? Wo? Oh. Das ist jetzt Baumwoll, das klappt aber macht nichts. Äh da 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 da. Ähm. Was machen wir da? Keine Ahnung Ach so Einmal den Uuuuund Ja gut Und wir hier in die Mitte Nein Bin ich fertig geworden Hab ja auch grad so gedacht Bauen noch nicht fertig Ganz ehrlich, ich glaub ich wär froh, wenn ich nicht fertig geworden wäre Genau das wollte ich nicht bauen Deswegen hab ich noch nicht gebaut Mach mir nämlich klar, dass es alle bauen Ah, ich hätte doch übel Greeny Finesse mit dem Typen machen sollen Oh Louis der Finesse Und seine Sprechenden Kohlköpfe Sehr guter Film Das erste Das bauen, was wir da gesehen haben Ja, das ging aber nicht in der Zeit Fünf Minuten, das nicht zu schaffen Das sind aber sieben hier Ist das noch zwei Minuten? Ist das noch zwei Minuten? Oder was? Blasekanone? Ah Und ein Geist aus Pac-Man Ja klar Das ist so der hässlichste Roboter Den man hier bauen will Das soll ein Roboter sein Ja das soll den Roboter sein Aber danke Kein Problem Also Raumschiff, ne? Geil aus Ja, das ist gut Wollte als erstes auch wieder einen Raumschiff bauen Dann haben wir immer gedacht, nö, dann machen wir jetzt schon wieder alle Ah, den hab ich doch nicht nur noch Nein, das hätt ich doch da vorne ran machen können Blitzer Ja, das Labor war irgendwie klar von wie Komm, wir geben jetzt alle aus Protest Everything is bleeding Ja klar Das kennen wir schon drauf Das kennen wir schon Und das ist langweilig auf Dauer, ja Ey Du ne aufgeschnittener Creeper hier Hallo, warum ist das so ein komischer Tisch? Ne Queen, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne Der Tisch ist irgendwie, ne Das ist nicht symmetrisch Das ist das Das sollte eigentlich sowas wie eine Zerstörungskanone werden Aber ich hab da vorne ein Slitzer nicht rechtzeitig hingekriegt Okay Das sieht bescheuert aus Ich glaub mein Roboter sieht hässlicher aus Dein Roboter ist auf jeden Fall lustig Dein Roboter ist auf jeden Fall lustig Auch wie ein Pac-Man-Geist Sag einfach, es ist ein Pac-Man-Geist, dann ist das alles in Ordnung Ja, aber Pac-Man-Geist würde nicht dazu passen Ja, aber Pac-Man-Geist würde nicht dazu passen Gut, Alter Minecraft-Action auf dem Bergmann-Server Bergberglabs.de Hoffentlich hat's euch gefallen Wenn ja, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen Oder auch abonnieren, wenn ihr mehr davon wollt Würde mich sehr freuen Bis dann Leute, einen schönen Tag noch und ciao Tschau Tschau